Entdecken Sie, welches Bellicontrampolin zu Ihnen passt, erkunden Sie das Beste in Rebounders. Hallo, Trampolin-Enthusiasten und herzlich willkommen bei der Gesundheitskrieger. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Bellicontrampoline. Haben Sie sich jemals gefragt, welches Bellicontrampolin passt zu mir? Nun, Sie sind am richtigen Ort, um es herauszufinden. Bereit für ein Fitness- und Spaßabenteuer? Bevor wir fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Kanal Bestriebunder Trampoline abonnieren, um mehr erstaunliche Inhalte über Trampoline nicht zu verpassen. Verpassen Sie keinen Sprung! Bellicont hat die Welt der Trampoline mit seinem einzigartigen Design und seinen gesundheitlichen Vorteilen revolutioniert. Wussten Sie, dass das Springen auf einem Bellicontrampolin Ihr Lymphsystem verbessern, Ihre Ausdauer steigern und Ihre Muskeln stärken kann? Außerdem ist es eine unterhaltsame Möglichkeit, sich fit zu halten und für alle Altersgruppen geeignet. Bellicontrampoline sind auf Komfort und Sicherheit ausgelegt und daher ideal für die ganze Familie. Mit einer Vielzahl von Größen- und Widerstandsstufen können Sie Ihr Rebund-Erlebnis perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Fitnessziele abstimmen. Viele von uns suchen nach einer effektiven, aber nicht langweiligen oder zu anspruchsvollen Übung. Hier glänzt Bellicontrampolin. Dank seines gelenkschonenden Designs eignet es sich ideal für Personen mit Gelenkproblemen und dank seiner verschiedenen Größen und Widerstandsstufen ist es für jedes Fitnesslevel geeignet. Außerdem trägt das Springen auf einem Bellicontrampolin zur Stressreduktion und zur Steigerung der Energie bei. Wenn Sie sich Sorgen um den verfügbaren Platz machen, lassen sich Bellicontrampoline leicht verstauen und eignen sich daher ideal für kleine Wohnungen oder begrenzte Räume. Jetzt, da wir die Vorteile der Bellicontrampoline kennen, ist es an der Zeit, sich in das Produktsortiment zu vertiefen und zu verstehen, wie Sie das perfekte Bellicontrampolin für sich auswählen können. Bellicont bietet eine Vielzahl von Modellen, vom klassischen bis zum fortgeschrittenen, und jedes ist mit einzigartigen Merkmalen ausgestattet, die sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Was sind Ihre Ziele beim Trampolinspringen? Möchten Sie Ihre körperliche Fitness verbessern, Gewicht verlieren oder einfach Spaß haben, während Sie aktiv bleiben? Egal, was Ihre Antwort ist, es gibt ein Bellicont, das perfekt zu Ihnen passt. Lassen Sie uns zuerst über das klassische Bellicontrampolin sprechen. Dieses Modell ist eine fantastische Wahl für diejenigen, die gerade erst mit ihrer Fitnessreise beginnen oder eine sanfte und effektive Rebund-Erfahrung wünschen. Es hat ein elegantes Design und ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass Sie dasjenige auswählen können, das am besten zu Ihrem Raum und Ihren Vorlieben passt. Der Widerstand ist auf eine breite Palette von Fitnesslevels abgestimmt, was es zu einer vielseitigen Option macht. Wenn Sie jedoch eine intensivere Herausforderung suchen, sind die fortschrittlichen Modelle von Bellicont Ideal. Diese Trampoline sind mit einem höheren Widerstand ausgelegt, der es Ihnen ermöglicht, intensivere Übungen durchzuführen und effizient Kalorien zu verbrennen. Darüber hinaus verfügen Sie über zusätzliche Funktionen wie verstellbare Griffe, die während des Trainings zusätzliche Stabilität bieten. Nun, wie wählen Sie die richtige Größe und den richtigen Widerstand für Ihre Ziele aus? Hier sind einige praktische Tipps. Erster identifizieren Sie Ihre Fitnessziele, wenn Sie hauptsächlich Ihre kardiovaskuläre Fitness verbessern möchten, kann ein Trampolin mit geringerem Widerstand ausreichen. Wenn Ihr Ziel jedoch darin besteht, Ihre Muskeln zu straffen und zu stärken, sollten Sie ein Modell mit höherem Widerstand in Betracht ziehen. Zweiter berücksichtigen Sie Ihren Raum, messen Sie den verfügbaren Platz in Ihrem Zuhause oder in Ihrem Trainingsbereich. Bellicon bietet Trampoline in verschiedenen Größen an, sodass Sie sicherstellen können, dass eines bequem in Ihren Raum passt. Dritter konsultieren Sie einen Fachmann, wenn Sie spezifische Fragen zu Ihren Bedürfnissen oder Ihrer körperlichen Verfassung haben, ist es ratsam, sich vor der Entscheidung mit einem Gesundheitsexperten oder einem persönlichen Trainer zu beraten. Darüber hinaus können Sie auf den Link in der Beschreibung klicken, um den Online-Shop-Konfigurator von Bellicon zu verwenden, wo Sie einen detaillierten Überblick über jedes Modell und dessen Konfiguration erhalten können. Dies wird Ihnen helfen, eine noch informiertere Entscheidung darüber zu treffen, welches Bellicon Trampoline perfekt zu Ihren Bedürfnissen und Vorlieben passt. Und als ob das nicht genug wäre, erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihren Einkauf, wenn Sie diesen Link verwenden. Also, sind Sie bereit herauszufinden, welches Bellicon Trampolin perfekt zu Ihnen passt? Bereit zum Sprung? Finden Sie Ihr perfektes Bellicon Trampolin, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Warten Sie nicht länger, um sich der Rebund-Revolution anzuschließen. Denken Sie daran, jeder Sprung auf einem Bellicon ist ein Schritt zu einem gesünderen und unterhaltsameren Lebensstil. Vergessen Sie nicht, gefällt mir zu geben, Ihre Kommentare zu hinterlassen und sich für weitere Abenteuer auf dem Trampolin zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und weiterhin fröhliches Springen!